herzlich willkommen hier bei uns im tamron studio zu einem weiteren vortrag und ich freue mich heute ganz besonders den michael kraus willkommen zu heißen hallo ja hallo ja landschafts- und naturfotograf das steht heute auf dem programm das ist das was du machst du machst das nebenberuflich richtig ja ich mache es nebenberuflich ist das irgendwann mal eine option hauptberuflich werde ich denke ich nicht anstreben es ist wird zwar immer mehr ich freue mich darüber riesig aber ich denke es wird definitiv nebenberuflich bleiben ja aber da ist man ehrlicherweise in der fotografie nie wie sich das entwickelt man weiß es nie es wird echt wirklich immer mehr auch die leute die nachfrage wird immer größer aber ich muss ganz ehrlich sagen es ist nebenberuflich schön es ist ein hobby eigentlich mehr oder weniger erst gewesen es ist okay so du machst hauptberuflich was ich bin hausmeister hauptberuflich das ist ja dann ganz schöner kontrast ja ich bin quasi bei meinem papa angestellt ja das läuft ganz gut und ich bin damit mit meinem hauptberuf eigentlich wirklich zufrieden und du machst auch da sind wir bei dem thema es wird immer mehr du machst auch viele workshops ich gebe viele workshops ja also es waren anfangs circa sechs im jahr arbeite mich gerade oben nach zwölf bis 15 im jahr also nächstes jahr werden es noch mal mehr sind alle relativ gut voll trotz der corona phase jetzt zum glück ziemlich gut besucht ja also bin ich echt froh wie ziehst du das ungefähr auf was machst du mit den leuten wie viele sind da so ungefähr es sind circa jedes mal sechs teilnehmer dabei also bis jetzt immer voll gewesen die ganzen kurse wir gehen alles durch von a bis z quasi fängt mit iso blende verschlusszeit an sind meistens anfänger dabei gibt aber auch kurse wo ich demnächst speziell auf filter zum beispiel nur eingehen werde oder milchstraßen fotografie wo wir nur nachts rausgehen genau ja das sehen wir auch nachher in deinem vortrag ich glaube du machst du viel mit nd filter wahrscheinlich richtig ich arbeite viel mit filtern gerade in der landschaftsfotografie leider unverzichtbar mittlerweile obwohl die kameras immer besser werden genau vielleicht erzählst du noch kurz wie bist du zur fotografie gekommen wie bin ich zur fotografie gekommen ja ich habe als kleines kind schon immer eine kamera gehabt habe die auch immer hergenommen im foto war der film immer schnell voll muss auch ganz ehrlich sagen irgendwann hat es mich dann wie dieser hype bevor diese hype richtig ausgebrochen ist hat es mich dann richtig gepackt die erste kamera war dann auch gleich da mit einer canon 550 d habe auch schnell gemerkt nach einem halben jahr die ansprüche werden höher es kam gleich eine vollformat kamera dann kam gleich der umstieg auf sony ja es ging alles schlag auf schlag und ja das geld ist natürlich dann auch geflossen aber ja es hat spaß gemacht und ich bin froh dass ich mich wirklich für diesen schritt entschieden habe ja vielleicht auch mal kurz also du kommst von der spiegelreflex damit hast du richtig bin in den spiegellosen bereich eingegangen genau was war da so die entscheidung von spiegelreflex zu spiegellos die entscheidung war relativ easy weil einfach die spiegellosen kameras finde ich mehr vorteil in der heutigen zeit haben und technisch waren sie einfach gerade zu beginn wie die spiegellosen eingeführt worden sind besser was würdest du sagen ist so ein feature in der landschaftsfotografie wo wo jetzt zum beispiel eine sony spiegellos der der spiegelreflex überlegen ist welches feature ist sowas wo du sagst das ist echt es ist es finde ich ganz klar ist der dynamikumfang der kamera ist für mich ein wichtiger aspekt weil man gerade in der landschaft viel dynamikumfang braucht in der kamera war leider bei den spiegelreflexkameras so noch nicht gegeben deswegen war die entscheidung auch da relativ klar dass ich sage ich entscheide mich so und am ende ist natürlich auch einfach die größe richtig das gewicht war natürlich auch klar ausschlaggebend da hat man natürlich fast über das doppelte gewicht geredet ich selber gerne viel in den bergen unterwegs gewesen oder bin viel in den bergen unterwegs und man schaut einfach auf jedes kram irgendwann genau ja wichtige aspekte da kommen wir auch direkt zu den objektiven die du benutzt an an deinen sonys also du wirst ja gleich noch mal präsentieren du hast die a7 r2 und a7 3 richtig und das sind so die beiden primärobjektive die du dabei hast das 28 75 und 17 28 richtig ja sind beides top objektive also grad gewichtstechnisch war ich davon sofort überzeugt alleine schon deswegen und abbildungsleistung der rest erkläre ich eh später genau da gehst du nachher nochmal drauf ein in der präsentation die meisten bilder sind glaube ich aber tatsächlich mit dem 17 28 richtig ja es sind alle ausschließlich alle mit dem 17 28 was ich heute zeige entstanden gibt auch wenige die schon mit dem 28 75 gemacht habe ist halt immer ein bisschen begrenzt der einsatzzweck noch dazu die letzten monate hat es einfach nicht hergegeben das zu machen also weitwinkel für dich wahrscheinlich einer der wichtigsten aber du hast auch das 150 600 adaptiert an der sony von uns wann benutzt du das ich benutze es hauptsächlich zum mondaufnahmen weil mich das natürlich auch sehr fasziniert wenn die mond einen sichel bildet und man schön die krater zeichnung rausziehen kann aus den bildern ist immer schön diesen gewissen 3d effekt rauszuziehen beziehungsweise nutze ich zum teil auch für die tierfotografie klar mit dem adapter ein bisschen schwierig leider aber es ist nicht ganz so schnell leider nicht nein wie man es gerne hätte aber es ist dennoch möglich ja ok also für ja für den mond ist ein weitwinkel eher schlecht geeignet schlecht ja genau ja dann da gehst du nachher auch noch darauf ein die planung deiner shootings richtig da investierst du auch eine menge zeit rein leider ja wäre manchmal schön wenn es schneller gehen würde aber es ist ja der gewisse reiz wenn man es wirklich von a bis z durchplanen und die rechnung geht hinterher auf so wie man es wollte also du möchtest schon wenn du an eine location kommst dann möchtest du auch dann da sein wann wenn du das bild genau ja und das bedeutet dann wahrscheinlich für dich auch dass die nächte entweder kurz oder sehr lang sind ja je nachdem was was überwiegt das eher früh aufstehen oder spät ich bin ganz ehrlich also die letzten jahre war es echt da war ich ein früh aufsteher da hat es mir nicht so viel ausgemacht seit diesem jahr ein bisschen hänge ich ein bisschen in den seilen da geht es dann eher richtung abend hin aber es wird wieder kommen ja also das sage ich halt auch immer ganz gerne wenn leute jetzt die bilder sehen und für landschaftsfotografie interessieren also das bedeutet in der regel dass der schlaf entweder kommt zu kurz meistens oder erst sehr viel später beginnt wenn man auch astrofotografie also milchstraße etc dann muss man halt auch warten bis die situation da ist dass man das bild gut machen kann ja 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 wir sind gespannt auf deine bilder und auf deine geschichte dahinter und wie du das alles planst und dann wünsche ich dir viel spaß jetzt gleich bei deiner vielen dank und ja sage an der stelle bis zum nächsten mal vielen dank ja herzlich willkommen heute aus dem tamron studio aus köln mein name ist michael kraus ich bin natur und landschaftsfotograf aus bayern vom ammersee freut mich riesig die einladung von tamron dass ich die chance bekommen habe ich führe euch heute mal durch meine momente in der landschaft zu meinem profil mal ich bin 32 jahre alt ich mache das ganze nebenberuflich wie vorhin schon angesprochen hauptberuflich definitiv wahrscheinlich nicht ich bin sehr sehr viel in den bergen unterwegs begeistert natürlich auch und bin immer auf der jagd nach dem sag ich mal besten licht das ist das denke ich mal auch was mich auszeichnet was die leute anspricht bei meinem profil in instagram facebook und so weiter genau wenn wir mal aufs erste bild zurückkommen was gerade gezeigt wurde das war einer so der bewegendsten momente eigentlich dieses jahr was ich am ammersee einfangen konnte es war anfang des jahres es war echt einer der himmel den ich so nicht erwartet hätte in der früh weil es eigentlich nicht danach aussah im ersten augenblick natürlich entstanden mit dem 17 28 von tamron auf einer 7 1er blende warum 7 1 also ich bin da habe viel durchprobieren können war auch sehr schnell der meinung die blende 7 1 ist die die schärfste blende eigentlich was es ja sag ich mal im was die was die durchgängige schärfe angeht die beste blende für mich gewesen ich habe hier bei 50 sekunden belichtet hatte den hintergrund dass man den himmel und den see natürlich leicht verwischt kriegt beziehungsweise in erster linie natürlich den see glatt kriegt das ist immer das beste wenn ein see glatt ist und nicht gewählt ist genau kommen wir mal zu meiner ausrüstung ich benutze die sony a7 r2 benutze die a7 3 zwei kameras hat den hintergrund ich nutze die a7 3 ist für mich eine reine nachkamera sprich die nutze ich für astro eigentlich hauptsächlich die a7 r2 die nutze ich eigentlich nur tagsüber hat den hintergrund weil ich da mit ziemlich viel megapixeln arbeiten möchte um die bestmögliche schärfe zu erhalten hat mich umso mehr gefreut dass mich tamron gebeten hat das 17 28 mal zu testen habe mir dann daraufhin wirklich tatsächlich auch gleich das 28 75 zugelegt weil ich sehr angetan war vom 17 28 und das 150 600 von tamron das habe ich schon angesprochen vorhin das habe ich natürlich über einen adapter was habe ich noch in meinem rucksack natürlich dürfen in der landschaftsfotografie die nd filter die grau filter und pol filter nicht fehlen ist heutzutage leider unverzichtbar obwohl die kameras immer immer besser werden es ist unheimlich wichtig die dynamik der kamera einfach zu unterstützen indem man diese filter benutzt gehen wir mal auf die vorbereitungen wie ich denn zu meinem wunschbild komme heute in der landschaftsfotografie es ist nicht immer so dass man raus fährt und hat dieses licht ja manche sagen ja du hast glück natürlich glück gehört immer dazu das ist ganz klar aber in erster linie geht es mal ans scouten das heißt ich mache mir mächtig gedanken wohin will ich was will ich für einen spot haben wenn ich ihn dann endlich gefunden habe dann geht es los passt der sonnenstand da wird dann jedes mögliche szenario durchgespielt sonnenstand eben mondphase welche jahreszeit ist die beste ich meine am ammersee zum beispiel ist es ganz wichtig wenn man boote im vordergrund hat ist vielleicht nicht unbedingt das beste wenn ich mein motiv gefunden habe gehe ich meistens über dann schon zu den wetter karten sprich der tag muss passen das wetter muss passen ich will ja sage ich mal genau das diesen roten himmel für was ich ja rausfahre ich bin auch ehrlich gesagt nicht so der schlecht wettermensch dass ich sage mir ist das wetter jetzt egal ich habe regen deswegen möchte ich das wirklich von a bis z durch timen dass das hinterher dann auch wirklich passt und dass ich das bild habe wo ich möchte und nicht noch zwei bis drei mal hinfahren muss an diesen spot genau wie sieht es denn aus mit scouten ich fange zum beispiel an dass ich über google earth raus suche wie man hier auf dem ersten bild erkennen kann setz mir stecknadeln wie man hier ganz schon toll erkennen kann island deutschland ist sind ganz viele stecknadeln genau das heißt ich setze mir meine nadeln schaue vielleicht wenn ich mal weiter weg war auch dass ich sagen wir zum beispiel jetzt wie hier richtung köln gibt es hier vielleicht irgendwas was ich mitnehmen könnte dass ich nicht ganz umsonst hierher fahr oder gibt es in der nähe was wo ich auch noch mitnehmen könnte also man schaut immer wenn man sowas durchplant dass es einfach fotografisch so viel wie möglich drinnen ist dann das prüfen der lichtverhältnis ist auch ziemlich wichtig bei einem landschaftsfotografen weil wir wollen ja wissen wie steht denn das licht am jeweiligen spot dass wir ja nicht ankommen wenn zum beispiel die sonne aus dem rücken oder von der seite kommt das wäre zum beispiel ganz schlecht weil wir ja rote wolken haben wollen und die zum beispiel haben wir ja nur wenn die sonne entgegengesetzt kommt beziehungsweise wenn wir zum beispiel alten glühen haben wollen muss sie natürlich aus dem rücken kommen wenn wir den berg fotografieren genau genauso wie mit der mondphase die uns unten eingeblendet wird mit dem blauen balken ist ja auch zum beispiel sind das oft epische momente wenn bei sonnenuntergängen zum beispiel genau der mond über irgendeinen berg kommt nehme ich zum beispiel auch oft gerne mit solche fotos genau im nächsten punkt stehen wie gesagt diese wetter karten dann an wir schauen ich schaue meistens mehrere wetter karten durch es gibt ja mehrere parameter was entscheidend sind um wirklich das perfekte wetter zu haben das ist dann letztendlich auch passt das heißt meistens ist mein haupt meine haupt wetter karte ist kachelmann wetter man muss natürlich immer bedenken sind solche vorhersagen stimmen die wirklich mit dem ist wert was jetzt gerade der satellit über der erde aufnimmt stimmt es überein hier habe ich mal das wirklich das beste beispiel das waren zwei aufnahmen die habe ich vor ein paar tagen mal mit einem screenshot rausgenommen aus dem pc da kann man ganz toll sehen wie es tatsächlich komplett übereingestimmt hat das satellitenbild vom wolkenbild her das heißt der schwarze bereich ist hier der bedeckungsgrad der gelbe ist der freie bereich und man sieht ja ganz toll auf dem live radar unten rechts eben wie es wirklich frei ist und oben links beziehungsweise auf der oberen kartenhälfte wirklich komplett mit wolken voll ist also das ist das ausschlaggebende wenn man eben an diese planung rangeht stimmen die karten an dem tag überein wo man das foto machen will oder nicht genau dann fangen wir mal an wir sind unterwegs in bayern das erste bild was ich für euch habe das ist der staffelsee in bayern das war an einem frühen frühjahrsmorgen es war circa sieben uhr sage ich jetzt mal und es hat sich schon gut über zwei stunden vorher angedeutet weil ich in der früh auch gerne mal die webcams dazu prüfe ob es denn auch stimmt was der wetterbericht vorhergesagt hat und habe auch gesehen dass der wind relativ still war was meistens ein guter indikator dafür ist dass die sehen dann auch relativ ruhig sind dass eine spiegelung womöglich entstehen könnte am see und habe mich dann vor ort umso mehr gefreut dass es tatsächlich genau so aufgegangen ist wie ich es mir vorgestellt habe und zwar dass sich genau eins zu eins diese wolke dieses wolkenbild im see quasi gespiegelt hat es war wahnsinnig schön und ja das sind eben diese unvergesslichen momente wenn man das ganze so plant raus fährt und man weiß es hat einfach genau geklappt wie man sich vorgestellt hat ja aufgenommen habe ich hier genau 15 sekunden in der theorie hätte ich hier nicht mal langzeit belichten müssen weil der see wirklich so glatt war hat aber hier keine rolle gespielt dadurch dass es einfach noch so dunkel war kam ich leider nicht um diese langzeit belichtung rum genau das nächste bild ist in garmisch patenkirchen entstanden an den kuhfluchtwasserfällen die zu dem zeitpunkt leider leider gottes relativ wenig wasser hatten um die jahreszeit aber dafür schon sage ich mal die natur schon ein bisschen ausgeprägter war mit einem saftigen grün außenrum hier auch zu den einstellungen mal kurz wieder gesagt ich habe hier eine blende 7 1 verwendet warum ihr werdet das bei den nächsten bildern auch relativ oft sehen warum eine blende 7 1 ich habe da tatsächlich festgestellt 7 1 ist eigentlich die beste blende beim 17 28 bin da eigentlich habe ich festgestellt wirklich die durchgängigste schärfe war ich auch total überzeugt und habe das ganze bei 23 mm mal aufgenommen übrigens mein erstes bild an dem wasserfall obwohl ich schon oft dorten waren mit fotokursen aber ich habe es tatsächlich auch privat selbst mal hingeschafft das ganze bei einer halben sekunde belichtet um eben schön diesen faden vorhang von diesen wasserfällen sichtbar zu machen ja kommen wir mal zu einer aufnahme die ich vor kurzem am ammersee gemacht habe und zwar war hier die besonderheit ich habe am morgen schon gesehen wie ich aufgestanden bin in den wetterkarten dass es am abend gewitter geben soll und es hat tatsächlich so funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe auch kurz vor sonnenuntergang ist dieses gewitter eben reingezogen aus sage ich südwest aus dem alger raus ist es richtung ammersee hochgezogen und die lichtstimmung hat tatsächlich hergegeben dass es sich ganz genau so ausgegangen ist dass die sonne untergegangen ist wo man rechts ein tolles abendrot hatte und links kam das gewitter rein also es war der eigentlich sage ich mal auch ein perfekter moment wo ich so nicht damit gerechnet hätte und der besondere eyecatcher in diesem bild waren wirklich diese zwei roten stühle vorne vorne auf dem steg die fand ich total super und deswegen habe ich mir gedacht das motiv nämlich mit eigentlich war an dem tag ein anderes motiv angedacht aber ich habe es mitgenommen ja ein bild mal vom bodensee auch dahin habe ich es mal geschafft leider zu selten schaffe ich dahin obwohl es eine tolle location ist der hafen von lindau ein wunderschönes motiv auch hier leider auch gleich mal vorweg gesagt es klappt nicht immer so wie man sich vorstellt in der landschaftsfotografie hier haben mir leider gottes die wolken gefehlt obwohl die wetterkarten es drinnen hatten aber das sind eben genau die momente wo man auch als als landschaftsfotograf definitiv mit klarkommen muss dass es auch eben mal keine wolken gab dafür gab es eine epische abendstimmung im seichten rot was ich auch sehr sehr toll fand was eigentlich auch relativ gut zu diesem motiv gepasst hat natürlich der typische landschaftsfotograf der profi sagt ohne wolken geht das nicht ich behaupte in dem welt tatsächlich es geht sogar weil es mir echt sehr sehr gut gefallen hat ich hätte es nicht gedacht und es kam eigentlich auch super an bei den leuten denen hat es auch gut gefallen hätte ich so nicht gedacht aber auch okay man freut sich natürlich über jedes feedback das man dann erhält ja im frühjahr diesen jahres bin ich dann ins chiemgau mal gefahren bärlauch stand schon sehr 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 lange auf meinem programm ich habe nur nie leider einen bärlauch wald gefunden habe dann mal einen heißen tipp bekommen ich soll mal ins chiemgau fahren und da habe ich ihn dann tatsächlich gefunden es war ein wahnsinniger duft in diesen wald reinzugehen und ich würde es definitiv jedes mal wieder machen bei bärlauch ist ein sehr sehr tolles motiv und dieser ast bzw dieser liegende baumstamm fand ich hier ein wahnsinnig tolles motiv weil er einfach sehr sehr viel tiefe im bild anzeigt und er leitet einfach sehr schön rein ins bild kommen wir mal zu einem moment in der landschaftsfotografie was mich am meisten eigentlich bewegt wir haben in bayern einen berg der nennt sich herzog stand gegenüber ist der jochberg in der mitte erkennt man ganz leicht einen fluss von nebel und zwar tritt dieses phänomen äußerst äußerst selten auf vor fünf jahren hatte ich schon mal das glück und konnte es aufnehmen diesen moment gab es dieses jahr wieder im februar dass der nebel über den walchensee quasi der wo man rechts im bild sieht nach links wo das wolkenmeer ist der kochelsee drunter ist geflossen ist also leider gottes hat es nicht so funktioniert wie vor fünf jahren hat man eben dieses phänomen deutlich besser sehen können da war die wolkendecke wesentlich höher bei diesem phänomen eben wo wir im februar hochgelaufen sind war es eben so dass dieser effekt nicht komplett eingetreten ist da der südwind zu früh aufgetreten ist und es leider die luft ein bisschen trocken gespült hat so dass der nebel leider weg getrocknet ist also wir fanden sehr sehr schade aber man hat zum glück noch ein bisschen gesehen der weg war nicht umsonst nach oben weil wir vor allem ja auch einen tollen sonnenaufgang hatten das darf man natürlich nicht außer acht lassen also gerade solche momente man darf das nie vergessen man stoppt da mitten in der nacht zwei stunden im berg hoch man hat eine anfahrt von fast zwei stunden das heißt nach sonnenuntergang geht es eigentlich schon fast los richtung berge dass man am nächsten tag rechtzeitig auf dem berg oben steht ja ein bild das ich letztens in augsburg aufnehmen konnte ein mohnblumenfeld zurzeit ja im trend da sie auch wieder wachsen jetzt sind sie leider schon durch kurz mal zu dem bild das ist besteht sogar aus drei bildern und zwar ist das ein sogenannter focus stack aus drei ebenen vorne scharf mitte und hinten scharf dass ich eben eine durchgängige schärfe mit dem bild habe ich habe es jetzt hier in den access extra nicht dazu geschrieben dass es mal zur erklärung kommt dazu dass grad bei blumenbildern ist es ja ganz beliebt dass man ein focus decking macht genau aufgenommen bei 18 millimeter und was durfte natürlich nicht fehlen der rote himmel drüber ja es ist immer toll wenn man eben diese epischen momente wirklich im perfekten licht hat also ich habe es ich bin tatsächlich ehrlich ich bin an diesem feld zweimal gewesen beim ersten mal hat es leider nicht gepasst deswegen musste ich noch ein zweites mal hinfahren um es ebenso perfekt einzufangen wie ich wollte ja das bild entstand am starnberger see bei 90 sekunden belichtung und zwar war der see leider nicht spiegelglatt wie ich erhofft hatte aber die spiegelung war nach 90 sekunden voll gegeben bei 17 millimeter aufgenommen um eben die volle wirkung zu erzielen was mir bei dem bild besonders toll gefällt dass es eine gewisse tiefenwirkung hat doch diese pfälle und der untergrund durch die steine ziemlich schön raus kam bei in diesem fall ein cpl also ein polfilter im einsatz war der wohl leicht gedreht war um diesen untergrund eben leicht raus zu heben ja ihr seht schon spiegelungen stehen bei mir schon fast auf der tagesordnung auch dieses bild das konnte ich bei dachau aufnehmen in der nähe und zwar war da eine baumallee an einem fisch war ja und im hintergrund stand exakt die sonne die wolken die ließen leider an dem tag auch ein bisschen zu wünschen übrig das ist eben in der landschaftsfotografie so dass es nicht immer leider passt aber in den meisten fällen haut zum glück hin kommen wir mal zu etwas wo ich sehr oft gefragt wurde wie ich damals 17 28 in die hand bekommen hatte da hieß es von ganz vielen menschen michi sag uns doch mal kannst den sonnenstern ich habe es oft probiert ich habe es lange probiert und ich habe tatsächlich festgestellt es kann den sonnenstern ich war auch sehr sehr begeistert davon weil ich sonnensterne sehr sehr liebe in bildern bei der aufnahme war es mehr oder weniger eine zufallsaufnahme eigentlich habe ich nicht mehr damit gerechnet dass es an dem tag so weit kommt mit dem sonnenstern weil der himmel ziemlich bewölkt war leider gottes aber sie hat sich doch noch kurz gezeigt und sie kam genau wie berechnet hinten durch die bäume durch bei diesem motiv genauso wie es mir quasi ausgemalt habe und ja ich muss ganz ehrlich sagen sonnenstern hut ab ich hätte es nicht gedacht dass es so knack scharf wird der sonnenstern aber erst richtig toll kann man auch gleich im nächsten bild sehen aufgenommen habe ich den sonnenstern übrigens auf blende 18 ich habe auch bei diesem motiv durchprobiert tatsächlich auf blende 16 20 22 ist ja die meistens diese distanz wo man sieht dass es funktioniert und mir ist tatsächlich auf blende 18 aufgefallen dass er hier am schärfsten ist beziehungsweise am besten ist auf blende 22 20 ist mir aufgefallen und auf 16 da war er nicht so schön aber auf blende 18 war einfach perfekt kann natürlich auch situationsabhängig anders sein genau dieses bild zum beispiel mit diesem sonnenstern das habe ich bei mir zu hause in der nähe aufgenommen bei landsberg wie man sehen kann bei den exes auch auf blende f 18 aufgenommen bei einer sekunde den sehen bisher um den sie ein bisschen glatt zu ziehen musste ich eine sekunde machen wollte ich eigentlich gänzlichst vermeiden beim sonnenstern weil sonst eine leichte verzeichnung auftritt aber er hat auch hier wunderschön geklappt um mal auf dieses thema zu kommen mit dem sonnenstern worauf ich ja ganz oft angesprochen wurde ob er möglich ist ja er ist definitiv möglich und er ist auch sehr sehr schön möglich ja dieses bild entstand vor kurzem auch am hopfensee während eines workshops bei mir da konnte ich dieses bild aufnehmen schöne wolkenstimmung im hintergrund schönes alpenglühen eigentlich so wie es mir vorgestellt hatte fast nur dass der wind ein bisschen leider zu stark war an dem tag wo ich leider gottes nicht langzeit belichten konnte richtig mehr als zweieinhalb sekunden das war schon das höchste der gefühle weil das boot sich leider im vordergrund immer wieder bewegt hat deswegen mit zweieinhalb sekunden war es leider das verträglichste ich hätte ihn am liebsten noch glatter gezogen was aber leider nicht möglich war aber die spiegelung von den wolken die war zum glück sehr sehr schön da noch ja auch eine location was ich gestern mal besucht habe wieder mit einem fotokurs das war der sogenannte frillensee beim eibsee in bayern mit alpenglühen ist ja der eibsee ist ja ein besonderes fotomotiv gerade wenn es ums alpenglühen im sommer geht konnte ich das motiv auch aufnehmen auf einer blende f8 mit dem schönen alpenglühen eben motiv war hier leider ein bisschen schwierig zu finden aber ich denke ich habe es mit diesem grasbüschel ganz gut hinbekommen ist aufgenommen auf 17 mm genau dann kommen wir mal zum schwarzwald wo ich auch vor rund vier wochen war war relativ spannend ich war dort auch mit einem fotokurs habe lange gehadert ob ich ihn durchziehen soll wetter sah nicht so toll aus aber einen tag vorher sah es dann relativ gut aus hat mich auch wahnsinnig gefreut ich konnte dann bevor der kurs los ging selbst noch ein paar aufnahmen mit ein paar freunden machen da waren wir an erster location am burgbach wasserfall was ein wahnsinnig tolles idyllisches ruhiges örtchen ist wo wir eigentlich keine menschenseele angetroffen haben hat mich selbst gewundert ja schaut schon hat schon fast so nen hat auf mich gewirkt wie so ein regenwald style sage ich mal hat mich echt wahnsinnig inspiriert diese dieser der wasserfall der stand schon lange auf meinem programm habe es dann tatsächlich endlich mal hingeschafft genau aufgenommen habe ich das ganze mit 24 mm brennweite um eben den wasserfall deutlich besser in szene zu setzen es war mir ganz wichtig dass er richtig groß und gut wirkt ja ein ganz besonderes bild das ist immer wenn man als landschaftsfotograf durch wasserfälle wandert fallen einem manchmal kleine dinge auf und zwar sind das strudel bildungen meistens erzeugt durch einen schaum in der wasserverwirbelung fand ich echt schön das ist meinem kumpel zum beispiel gar nicht aufgefallen ich bin hingegangen habe ich gesagt schau es dir mal an siehst du es hat er gesagt ja jetzt sehe ich es auch wir haben es dann mal ausprobiert auf 15 sekunden und hatten dann eben diesen schönen strudel im einsatz war hier übrigens auch ein pol filter um eben schön den braunen untergrund rauszuheben bzw den strudel schön hervorzuheben um die spiegelung aus dem wasser rauszunehmen war für mich eigentlich das highlight aufgenommen an den gärtelbach fällen die natürlich im schwarzwald ganz bekannt sind wo gang und gäbe ist der besuch um den kommt man eigentlich im schwarzwald nicht rum ja auch im kurs auf dem fotokurs stammt zur abend location der besuch auf der hornesgrinde der höchsten erhebung im schwarzwald an es sah wie wir den gärtelbach verlassen haben nicht danach aus als würz aufreißen aber wir haben uns trotzdem die mühe gemacht sind auf die hornesgrinde gelaufen und wurden dafür dann auch mit diesem wahnsinnig schönen sonnenuntergang belohnt der tatsächlich sich eine halbe stunde so am himmel gezeigt hat mit dieser wahnsinnig schönen aussicht also auch einer der momente was ich mir im schwarzwald so nicht erträumen habe lassen dass ich es mal so einfach wie es dann tatsächlich will aber das sind eben die momente in der landschaftsfotografie wenn man hin fährt und man weiß man hat es mit dem ersten mal perfekt getroffen freut einen immer umso mehr wenn man weiß man müsste eigentlich nicht noch mal kommen aber man kommt dann deswegen gerne wieder und schaut sich das ganze ganz noch mal an dann kommen wir zum besuch in der schweiz was ich vor zwei wochen gemacht habe ein bisschen bin ich dann doch während der corona zeit rumgekommen glücklicherweise und zwar war das an den tourwasserfällen konnte ich diese aufnahme machen das ist ein wahnsinnig schönes juwel das ist versteckt zwischen fels fels bergen und da verbirgt sich tatsächlich dieser türkise schatz mit diesen wahnsinnig schönen steinstrukturen ich war wahnsinnig fasziniert wie ich diese location gesehen habe es ist ein mordsmäßiger sound wenn man in dieser in diesem steinwurf drinnen steht und von dort aus das bild raus macht also ich war richtig geflasht ich habe das mal mit 0,6 sekunden dann probiert vor ort um eben das wasser nicht zu glatt zu ziehen um eben noch struktur im wasser zu haben habe ich dann tatsächlich mal so probiert mir hat es auch wahnsinnig so gut am besten gefallen sage ich mal ich habe das ganze auch mit 20 sekunden probiert wobei es mir da nicht so gut gefallen hat eben weil es einfach zu glatt war durch diese struktur durch diese dynamik im wasser fand ich finde ich eben extrem wichtig um einfach den betrachter noch bewegung zu zeigen ja 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 ein besonderer morgen mit einem besonderen aufstieg sage ich jetzt jemals zu dem kräperlen see in der schweiz der ganz in der nähe von dem wasserfall war wir sind morgens beziehungsweise in der nacht um zwei aufgestiegen um tatsächlich ja zwei stunden hoch gewandert zu dem see es war wahnsinnig mühsam aber der schweiß treibende aufstieg sage ich mal hat sich in der nacht gelohnt dass wir rechtzeitig oben waren wir hatten erst keine wolken und bei sonnenaufgang hatten wir dann zum das glück sage ich mal dass noch ein paar wolken aufgezogen sind ich sage mal das ist da wäre ich zum beispiel auch ein skeptischer mensch der dann sagt ohne wolken ist das motiv zum beispiel nichts was mir halt besonders gefällt bei diesem motiv ist die symmetrie die wirklich von oben bis unten herrscht das alles gleich ist ja kommen wir zu der nächsten spiegelung aufgenommen an der alp selamat auch in der schweiz ein fotos bot wo ich überraschenderweise mit fünf anderen fotografen stand die das gleiche vor hatten eigentlich ein fotomotiv was so noch nicht wirklich bekannt ist in der schweiz deswegen hat es mich umso mehr überrascht dass ich da nicht alleine stand war ein motiv ich habe hier auch nachts tatsächlich noch die milchstraße probiert hat auch funktioniert ich habe es nur leider nicht mehr fertig gebracht in der kürze der zeit aber wie man hier sehen kann bei 28 mm aufgenommen wirkt doch recht schön und formatfüllend vor allem das schöne war auch hier dass der see trotz zehn sekunden er war spiegelglatt ich hätte theoretisch nicht mal langzeit belichten müssen weil wirklich so glatt war ich wollte an dieser stelle eigentlich quasi nur jede wirklich minimale falte aus dem wasser heraus bügeln genau wie bei dem bild am plansee aufgenommen was man hier noch sieht dass es auch mit 17 28 entstanden war auch ein pol filter im einsatz um eben im vordergrund noch schön raus zu heben die ganzen steine und die wirkung der wolken wollte ich trotzdem drin haben das war mein ziel deswegen habe ich den pol filter nicht ganz genutzt sondern quasi nur zur hälfte aufgenommen bei 18 mm auf einer blende 8 um eben die bestmögliche schärfe zu haben warum habe ich hier kein focus decking gemacht weil ich eben diesen verlauf von dem ast richtig toll fahren wir aus der unschärfe aus dem eck raus läuft und hin zum motiv scharf wird genau ja mein fazit zum 17 28 also ich bin sehr begeistert von dieser linse muss ich ganz ehrlich sagen was für mich als landschaftsfotograf sehr sehr entscheidend ist es eben gewicht was ich auf dem berg mit hoch trage das trifft sowohl als 17 28 genauso aufs 28 75 zu wahnsinnig wichtig für mich eben um wenigstmöglich gewicht dabei zu haben den rücken zu entlasten aber schließlich nicht sag ich mal klötze mit hoch schleppen deswegen war in erster linie auch für mich das gewicht mit entscheiden wie leicht ist es denn was mich da am meisten auch inspiriert hat eine 28 blende um mal auf die blende kurz noch zu kommen ich war sehr begeistert wie ich das erste mal astro gemacht habe mit der linse und die 28 tatsächlich im einsatz hatte und habe dann festgestellt in den randbereichen grad bei sternen ist es ja ganz oft wichtig für astrofotografen auch dass keine verzeichnung da ist in den ecken von den sternen und ich war da hellauf begeistert ich hatte sie im einsatz stand da und ich war hin und weg und dachte mir wow 17 mm 28 perfekt da geht es nicht um mal auf die weitwinklichkeit zu kommen man hätte sich vielleicht mehr wünschen können ich hätte war zugegebenermaßen am anfang sehr sehr skeptisch ich habe mir gedacht 17 mm ist es das richtige für mich reicht mir das und ich musste ganz ehrlich sagen ich hatte sie im einsatz und ich wollte sie nicht mehr loslassen ich hätte nie gedacht dass mir 17 mm so reichen aber sie reichen auf jeden fall für mich was mir auch sehr sehr gut gefallen hat an der linse das war die scharfe abbildungsleistung eben festgestellt habe ich es bei 7.1 war es für mich am schärfsten da habe ich das ist auch meistens die blende was ich benutze wenn ich ein durchgängig scharfes bild haben will was eben schon angesprochen wurde ich bin hellauf begeistert was die astrofotografie betrifft mit dieser linse meist die meisten sagen immer hey warum nimmst du nicht 14 mm her war ja bei 14 mm habe ich manchmal das gefühl verschwindet mir die milchstraße was ich ja sehr oft mache zu sehr im bild und mit 17 mm bzw man kann ja auch summen mit der mit der linse habe ich festgestellt dass mir das tatsächlich mehr zusagt wenn es füllender ist im bild und wie eben vorhin schon angesprochen die verzeichnung in den ecken ist echt ich bin hin und weg von der linse also ich werde sie nicht mehr hergeben aus meinem rucksack beziehungsweise sie ist nicht mehr wegzudenken woran ich mich auch mal getastet habe wo ich eigentlich kaum hinkomme bzw was ich eigentlich kaum nutze ist der autofokus dieser linse beziehung bei landschaftsfotografen meistens ja manuell fokussiert ab und zu mache ich produkt fotografie und habe tatsächlich festgestellt dass der autofokus was ich sehr sehr toll auch fande nahezu geräuschlos ist man hört ihn kaum beziehungsweise der autofokus er sitzt auch sehr sehr präzise und sehr sehr schnell also es war quasi für mich als landschaftsfotograf nicht ausschlaggebend dass ich mich auf das spezialisiere aber erwähnenswert finde ich es trotzdem ich rede normalerweise eigentlich nie über autofokus systeme aber in der in dem fall muss ich ganz ehrlich sagen tatsächlich erwähnenswert wie geräuschlos und präzise dass er sitzt kommen wir mal zum letzten punkt das was ich auch sehr sehr toll finde meistens ist immer das problem bei landschaftsfotografen wir brauchen ja alle filter beziehungsweise die meisten nutzen filter und was ich auch sehr sehr toll fande ist die einheitliche filtergröße beziehungsweise das einheitliche filtergewinde vom 17 28 28 und 28 75 28 mit den 67 millimetern fand ich sehr sehr toll dass man hier nicht verschiedene ringe noch braucht beziehungsweise adapter und tatsächlich genau mit einem system alles abdecken kann war für mich auch eines der ausschlaggebenden punkte was ich sehr sehr toll fand ehrlich gesagt dass hier quasi mit gedacht wurde was man an was man tatsächlich gedacht hat ja es ist ja nicht immer selbstverständlich dass dann alles einheitlich ist genau ich hoffe ich habe mein vortrag gefallen ich bedanke mich noch mal bei tamron für die einladung vielen dank ja